Und dann geht's weiter. Ja, so sieht das gut aus. Und dann gehe ich gleich wieder Ritter holen, nachdem ich die Kiste hinter der Treffer aufgemacht habe, die ich fast übersehen kann. Der Maha. Oh, Rigari und anderen, danke euch für eure Hilfe. Dies ist mein geliebter Maha. Bitte nimmt ihn mit und beschützt den König. Boah, einmal diese dämlichen Augen, die ich nicht brauche. Da ist auch noch eine Kiste. Interessant. Was ist denn da drinnen? Schattenmantel? Ganz nett. Samenstatue aus Jada, ein wahres Kunstwerk. Wie geschaffe ich mir nur irgendwelche Urge geändert? Oh, da ist ein Blitzkäfen. Okay. Da schauen wir doch mal kurz rein. Was kann das? Was ist das? Aha. Okay. 23er Verteidigung. Mhm. Okay. Eine 43er. Wow. Ja komm, schmeiß noch einen davon raus. Und ich gehe wieder Ritter holen. So, schon bin ich wieder zurück und ich möchte anmerken, der Ritterraum wird langsam leer. Ja. Ich glaube da gab es jetzt noch einen Knappen oder so in Unsinn. Wir werden den Bereich sichern. Geht ruhig weiter. Okay. Das heißt, diese ganze Ritter-Einsatz-Passage sollte so langsam am besten zu Ende sein. Sonst habe ich ein Problem. Ach du Schande. Ja. Ja. Ritter einsetzen. Zwei junge Ritter werden nicht reichen. Das ist klar. Ja. 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 Für die Gegner. Hoffe ich. Ja. Sehr schön. Das hat auch bisher schon mal ganz gut funktioniert. Es sind noch viel mehr Ritter in Kämpfe verwickelt. Bild der Elftin, ich gebe euch dies. Hört mit diesen blöden Auren auf. Gib mir was Vernünftiges. Gibt es hier vielleicht noch ein paar Ritter? Na ja, Ritter... So ist wohl Raum? Nein. So ein Mist. Da werde ich höchstens ein paar los. Ähm... Ich hole mir noch mal eine neue Rolle. Nein... 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 Trümmerburg-Ellenhafte liegen hier rum. Siehst du, scheinbar hier ohne Verursachter. Sonst könnten wir Magdalis Hans-Kieselstein aufnehmen. Willst du? Ja. Theoretisch ja, aber praktisch... Ähm... Wo war das denn noch gleich? Ähm... 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 Quests? Nein, das... Doch. Ja. So, nehmen wir mal den Kieselstein mit. Könnt ja mal wichtig sein. Ja, würde ich gerne. Danke. Trala! So, lass uns doch mal schauen, wie das da so ausschaut. Oh, da ist ein Schwarzer dabei. Mh... Ich hab zwar einen erfahrenen Ritter, aber... Naja... So, unser Ritterraum ist jetzt endgültig leer. Zumindest sieht's so aus. Also... Schmeiß ich hier einfach alles herein, was ich hab, glaub ich. Ja... Ich glaub, der eine erfahrene Ritter würde nicht ausreichen. Vermutlich nicht. Ich glaub, selbst mit dem Knappen könnte das knapp werden, aber... Naja gut, mehr hab ich nicht, also... Jagen wir die da mit rein, hoffen, dass alles gut geht. Ja, geht's. Und hoffen, dass dann keine weiteren Kämpfe mehr kommen. Ansonsten... Muss ich den Viechern den Arsch aufreißen. Danke, Gibari. Kannst das obere Stock weg. Du kannst über das Fenster erreichen. Wir kommen hier schon zurecht. Du und deine Freunde müssten nach oben. Ich habe im letzten Kampf diesen Magus gefunden, den holen geht's. Windaufer! Nein, was überrascht mich das jetzt mal überhaupt nicht. Weißbeleiter, die goldene Verziehung schmücken den Tisch. Mir wär da lieber irgendwie irgendein... Na gut, dann halt. Fenster... Muss ich jetzt auch noch unbedingt das eine Fenster hier nehmen? Du sollst das Stockwerk über uns erreichen können. Beschützte König. Bitte. Wenn wir hier nach oben klicken, können wir das Fenster zum Stockwerk über uns erreichen. Willst du nach oben? Ja, lass uns nach oben klettern. Ja, lass uns nach oben klettern. Das klingt nach einer tollen Idee. Äh, oh nein. Nein, 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 nicht nach unten. Ha. Ha. Schau an das! Was ist denn? Ja, was seht ihr da Schönes? Das ist gut, soweit. Hey, ist das Lüth da unten? Was ist er zu denken? Just standing da, wird er nicht die Armee stoppen. Ähm... Hä? Das sieht für mich auch nicht so aus. Was ist denn da? Oh mein Gott, sie dörren uns. Mein Herr, ihre Worte sind nicht zu vertraut. Ich spiel trechern. Ich erwarte deine Antwort. Entschuldige jetzt! Lest du dein König und die Leute verraten. Ja, das ist doch nicht so. Der König schlubbt. Der König schlubbt. Auf der Diadem. Wir werden nicht die Leute verraten. Wir werden uns nicht überlegen. Ja. Sie hörten das? Unglaublich. Ich muss sie erinnern. Ich muss sie hinunter. Mein Herr, bitte, erinnere dich. Seit wann? Das hat noch nie irgendein Imperium getan. Genau. Ich werde das Thema direkt mit dem Imperium Geldablen. Diese Stalemate muss zum Schluss kommen. Mein König! Schutz die Kastel, während ich weg bin. Whatever die Kosten, mein König! Good luck to you. Ich bin, King Laticon. Ich komme raus. Hold your fire! Nein! Geh nicht! Er kommt raus. Du wirst wissen, was zu tun. Ja. Danke, dass du mir das Glück hast. Aha. Irgendwie traue ich der Frau nicht. Hier bin ich. Ordere deinen Männer zurück und ziehe mich zu deinem Emperor. Nein! Mein König! Halt es gleich da, Junge! Möge ein Muskel und ich werde ein neues Hohle in deinen liebsten König. Okay. Du! Der König kam aus alleine, wie gesagt. Warum hast du ihn gefangen? Silence! Der König muss sich aus dem König gehalten werden. Was? Das kann nicht wahr sein. Verdammt dich! Ist das der Weg des Imperiums? Der Weg, dass deinem König Geldablen hat? Schraub ihn. Schraub ihn. Schraub ihn aus seiner Mühe. Du hast es geschafft. Nein! Das ist so der perfekte Zeitpunkt, wo wir jetzt eigentlich mal so dazwischen springen könnten. Du. 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 Ich dachte, du konntest uns eine Firma benutzen. Juhu. Wir können irgendwem irgendwie aufs Maul hauen. Vielen Dank.